Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Dragon Quest Builders 2. Wir sollen jetzt hier unser Schloss aufbauen, beziehungsweise das Schloss aufbauen für die Leute von Mondbach. Und deswegen laufen wir mal hinterher und hier soll es dann stehen, das Schloss. Was meinst du? Hier sollte sich ein ziemlich spektakuläres Schloss hinbauen lassen, oder? In der Tat, ein gutes, flaches Fundament und ein freier Blick über die umgebende Landschaft. Selbst ein Baumeister hätte keinen besseren Ort wählen können. Es scheint wirklich ein idealer Ort für den Bau eines Schlosses zu sein. Aber wie sollen wir das mit dem Schneefeld anstellen? Einem so geschickten der Bauer wie Torplay wird schon etwas einfallen. Wir werden hier in Windeseile ein Winterwunderland haben. Torplay, das Beschaffen von Schnee werden wir in deiner fähigen Hände legen. In der Zwischenzeit werden wir mit den Arbeiten am Schloss beginnen. Ich glaube, dass wir uns bereits als begabte Burgbauer erwiesen haben. Findest du nicht auch? Das Schloss im Mondbach war ganz schön prächtig, nicht wahr? Nun, ich finde, unser Schloss sollte mindestens genauso prächtig sein, wenn nicht sogar noch prächtiger. Ich stimme zu und diesmal werden wir den Löwenanteil der Arbeit nicht Torplay überlassen. Es wird Zeit, dass wir uns für das revanchieren, was er für uns getan hat. Auf Montag haben wir dich immer um Baupläne gebeten, aber diesmal ist es anders. Wir werden ein Schloss entwerfen, das Lulus kühnsten Träume übertrifft. Ha! Wahre Worte, Generalin. Lasst uns sofort mit der Arbeit beginnen. Ihr wollt das alles alleine bauen? Ohne einen Bauplan? Glaubt ihr wirklich, dass das eine gute Idee ist? Keine Sorge, Junge Meite. Du kannst den Bau der wehrhaften Welle ganz um uns überlassen. In der Zwischenzeit kann sich Torplay darauf fokussieren, das Schneefeld zu erschaffen. Nördlich von Mondbach liegt eine Insel, die von ewigem Eis bedeckt ist. Und dort leben die Schneesträuche, die Schnee speien wie ein Drache Feuer. Wenn du einen Schneesträuch für unsere Zwecke gewinnen würdest, dann könnten wir mit seiner Hilfe mehr Schnee erzeugen, als wir jemals brauchen werden. Wenn das dein Plan ist, dann habe ich hier etwas für dich. Ich hatte es eigentlich für Shipper und Budi zubereitet, aber vielleicht hat das Monster, nachdem du suchst, auch Lust darauf. Monster Mumphys, okay. Nun Dentroplay. Der Rest ist dir überlassen. Reise zum Raureifriff. Freunde dich mit einem Schneesträuch an und bring ihn dann hierher, um unsere Felder zu beschneiden. Ah, und ihr baut so lange das Schloss, oder was? Was? Oh Mann! Dann ab zum Doc. Doc, 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 Doc. Hat jemand den Arzt gerufen? Doc, hö, hö, hö. Oh, heute Proplay, lichten wir den Anker, wohin soll es denn gehen? So, ähm, lebhafte Lagune, Raureifriff, da sollen wir hin. Überfahrt nach Raureifriff kostet dich 200 Dankbarkeitspunkte. Geht das klar? Yep, das geht klar. Raureifriff. Reinen los, nächster Hafen, Raureifriff, es geht los, wann immer du willst. Ja, ich weiß, es wird gespeichert und so weiter und so weiter. Yep, wir möchten da hinreisen. Versteu deine Wertsachen bitte im Beutel am Doc. Ich bin nicht gegen den Verlust des persönlichen Eigentums meiner Partagiere. Versichert. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zeit, Segel zu setzen. Ja, nur Malroth fehlt. Aber der schmollt ja jetzt irgendwo, irgendwie auf der Insel rum. Warum auch immer. Ist halt Malroth, ne? Wow, da hat jemand Harry Potter, Hogwarts Great Hall, nachgebaut. Ja, leck mir um Arsch, der Mai. Nächster Schnappschuss. Smilville Café. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Und Lakeside Café. Okay. Bauen die alle immer Kaffee. Na, egal. Kaffees. Kaffee. Was bauen die alle immer Kaffee? Nö, Kaffees meine ich. Möge das Abenteuer beginnen auf der Raureifinsel. Und wir fliegen rüber. Abhacken. Eis. Check. Was haben wir denn hier als nächstes? Wow. Wir halten einiges aus. Ah. Wow, die machen ganz schön viel Schaden. Okay, okay, okay. Gut, ohne Malroth ist das ein bisschen doof. Abhaken. Das anscheinend nicht abhaken. Das müssen wir wahrscheinlich abhaken. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir für einen Typen suchen müssen. Ich weiß noch nicht, wo wir die Dinger haben. Erstmal essen wir was. Ups, auf dich habe ich jetzt keine Lust. Oh, 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 oh. Oho. Ähm, wir haben doch hier irgendwo... Pilzspieß. Äh. Die suche ich. Monster-Muffies. Herausnehmen. Ja. Das ist jetzt halt wirklich die Frage, was ich jetzt genau brauche. Slotterblume. Noch irgendwas? Nein. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich brauche, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, das da hinten brauche ich schon mal. Das gibt's nicht, ey. Die machen Schaden. Oh. Komm. Den machen wir platt. Weg, 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 weg. Oh, das gibt's nicht, ey. Ich hab mich auch noch voll erwischt. So, den haben wir auch. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mama. Mama, 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 Mama. Weg, 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 weg. Heilung. Heilung. Puffa, das war knapp. Schattliches Steak, nehmen wir rüber. Das kann ich essen. Nimm Pils, Spieß auch. Auch mehr Angriffskraft, wunderbar. Müssen wir jetzt mal irgendwie was finden, zu abhaken können, wo wir auch überleben. Wenn wir's abhaken. Ah, schon wieder so einer. Na, komm, den machen wir mal so platt. Boah, schon wieder so ein kleines Ding hier. Aber wer macht denn jetzt hier Schnee von denen? Hm. Abhaken, die nehmen wir mit. Kartoffeln. So, den Pils, Spieß nehmen wir hier mal in die Hand. Ich glaub zwar nicht, dass du jetzt hier wirklich einer der bist, die ich brauche, aber... Bin ich... Bist du auch nicht. Okay, gut. Das gibt's doch nicht. Abhaken. Das gibt's doch nicht. Warum kommen die denn hier alle und greifen mich aus der Entfernung an? Zerstörung verbessert sich. Okay, aber die brauchen wir alle gar nicht. Wir brauchen scheinbar diese Schneedinger. Verschlissenes Banner. Kiesel. Und weg mit euch. Abhaken, kaputte Steinmauer. Sonst noch irgendwas, das man abhaken kann? Nö. Hier, hier, hier. Hier ist auch nix, hier ist auch nix, hier ist auch nix. Den großen Stein auch nicht, den Baum hier wahrscheinlich auch nicht. Oh, da hinten ist so ein großes Ding hier. Was? Das gelät auch nicht. Was ist denn hier los? Ich muss ja hier gar nix abhaken, oder wat? Oh, abhaken. Oh, Tulpe. Machen wir den erstmal platt. Und tschüss. Ich suche so ein Schneemonster, aber das finde ich jetzt gar nicht, ne? Ich glaube, da hoch wäre ein guter Weg, um voranzukommen. Wenn ich da irgendwo hochkomme. Ah, wunderbar. Zack, zack. Dann geht's hier hoch. Auch nicht schon wieder so ein Zauberer. Okay. Aber die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir auch nicht. Ich muss hier so einen Baum abhaken. Ja. So einen Baum muss ich abhaken, aber jetzt ist die Frage, brauche ich auch hier kleinere Bäume? Oh, Tatsache. Ah. Es läuft ja wie am Schnürchen. Aber wir brauchen immer noch die Typen, die Eis spucken. Oh, hier haben wir Marmor. Krass, hier haben wir Marmor. Und was cool ist, ich muss den Marmor nicht abhaken. So. Ist hier irgendwas, was wir brauchen? Nö, 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 nö. Okay. Dann erstmal kurz wegrennen. In Sicherheit bringen. So, komm her. Den Einzelnen will ich jetzt haben. Ja, einer alleine ist ja kein Ding. Nein, 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 nein. Oh, puh. Oh, er möchte sich mir anschließen. Wo sind die Leckerlis da? Yes. Ein Schneesträuch. Haben wir damit nicht die Aufgabe erfüllt? Keine Ahnung. Egal, wir haben einen Schneesträuch. Ich glaube, so einen sollten wir bekommen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber das sieht doch schon mal gut aus. Ah, eine Wolke. So. Aber wir haben immer noch nicht... Alter, es gibt es doch nicht... Wie hartnäckig ist diese Wolke? Guckt euch mal die Gegner an, wie hartnäckig die sind. Nein, ich schlafe ein. Oh, oh. Das gibt es doch nicht, ey. Alter, was ist denn hier los, ey? Wie viele Gegnerangriffe kriege ich denn hier? So. Ja, ist klar. Noch irgendwelche Gegner? Noch jemand auf mich einschlagen? Weg jetzt hier. So. Was haben wir denn jetzt hier noch? Da hinten haben wir noch Sachen. Aber immer nicht das, was ich suche. Da haben wir wieder irgendwelche Klümpchen. Da hinten der Berg sieht ganz besonders aus. Und weg mit dir. Also ich sollte mal was für die Angriffskraft nehmen. Das war eigentlich gar nicht schlecht, ne? Ernsthaft? Möchte ich auch nicht anschließen. Also mal wieder auf der Suche nach diversen Sachen. Ob ich da oben vielleicht was finde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So. Und rauf da. So. Mist. Wie der hüpft. Hüpft genauso lustig wie ich. Ah, ich finde hier nichts, ne? Das ist ärgerlich, ja? Hm. So. Ich hoffe mal, dass hier oben irgendwas ist. Oh mein Gott, es wird Nacht. Oh nein, hier ist natürlich nix. Ah, naja, egal. Und weg mit dir. Blöder Berg. Ist wirklich nix. Ja, leck mir um den Arsch. Ah, ist ja auch nicht klein, die Insel, ne? Irgendwann hier mal rüber. Da ist wieder der Berg. Wo wir vorhin schon mal waren. Das heißt, da müssen wir mal da lang. In der Richtung waren wir noch nicht unterwegs. Ah, shit. Das ist wieder so ein Typi. Das dann wahrscheinlich wieder angreifen wird. Da sag ich mal, den mal großflächig aus. Und gehen wir in die Richtung. Mal gucken, was wir hier so finden. Denn gefunden habe ich bisher aktuell noch gar nicht viel. Und Steine als unendliche Ressource wären schon echt nice. Wenn wir diese Goldklumpen. Haben wir immer noch kein Lehm gefunden. Noch kein... Wir haben eigentlich noch gar nix gefunden. Halt. Abhaken. Dunkle Rinde. So, und weg. Und Karte. Und auf den Berg müssen wir auch noch rauf. Okay. Was uns jetzt hier auf dem Berg erwartet. Und wie unser Abenteuer weitergeht. Wann wir endlich... Ich sag jetzt mal zum Finale kommen. Ist ein bisschen doof ausgedrückt. Weil ich will ja eigentlich noch gar nicht zum Finale kommen. Aber vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Jedenfalls, wie es weitergeht in Dragon Quest Builders, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich sag bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Thorot Rhein. Tschö, tschö. Tschö, tschö.